Hallihallo und Willkommen zur nächsten Folge Let's Play Minecraft mit eurem DOS Steffen. Ich wünsche euch viel Spaß und Unterhaltung mit dieser Folge. Und wir schauen uns gleich mal noch ein bisschen die Dungeon hier an. Ob ihr noch so finden könnt. Zum Beispiel ein Heslonskelett. Ey du Arsch! Fick dich! Wenn du Schaumann schießt, bist du tot. Kleiner Motherfucker. Gibt's ja nicht. Äh. Mach so. Kann man das Wasser hier abschalten. So. Alles klar. Hier ist nichts weiter. Schonmal Eingang, der jetzt nichts führt. So ein Glück. Was haben wir hier noch so? Über dem Wasser tanzt. Na. Uh. Der fach ab. Stirb. 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 Geh doch. Fackel. Fackelmann. Äh. Oh. Nehme ich mit. Ah. Nicht wieder lecken bitte. Nicht lecken. Danke. Sack. Das ist ja gut. So soll es sein. Oh. Neh. Jetzt fängt der Nachbarn an zu featuren. Kann das doch sein? Scheiß Fußhube ey. Das klingt so was von hässlich ey. Das war's eigentlich schlecht wenn man das hört. Ganz ehrlich. Ich denke mal was. Das werdet ihr jetzt grad hören können. Die da featuret. Oh. 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 Und dass das total scheiße klingt. So. Aber es sieht uns jetzt nicht. Wir gucken mal weiter hier. Da geht's noch in die Tiefe. So. Geh mal hier schauen. Ach. Auch unser Gast. Sehr gut. So. Geh mal weiter. So. Suche Sissy Dungeon anscheinend doch nicht. Wie ich dachte. Erst. Darunter müsste ich noch. Hör mal wie ich am besten runter komme. Da irgendwie. Schau mal hier. So. 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 Unbindig. Ich möchte uns noch etwas. Bequem machen. Weg bauen. Ah. Okay. Da kommt das Wasser raus. Äh. Äh. Wie machen wir das jetzt? So. Uah. Nein. Huh. Ganz noch recht tätig. So. Ach ne. Jetzt ist es Lava. Ich dachte, das wäre schon Faklet gewesen. Aber es ist nur Lava. Das habe ich mir gleich mal an. So. 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 Gotohin. Ja. Ach seh schon bei dem Vieh. Das ist das zumindest. Go on は noch hier schauen. Zuckgasse. Perfekt. da tanzen zwei creeper auf und ab tolle wurst ich habe ein problem justin wir haben problem packen alle ich finde aus der höhle iniva raus ey das sage ich euch jetzt schon sollen wir keinen weg mehr rausfinden aus der höhle ich habe mich abarmungslos verlaufen oder es bringt mich ein creeper um kann auch passieren hier ist alles möglich bei minecraft das könnt ihr mir glauben freunde wort und wurzschlag ist vorprogrammiert 64 gute anzahl das reicht ne weile ja zombie ich komme ja gleich ganz ruhig mein freund mit kiste gut millionkerne ja und ein goldborn genial auch jetzt alles finden kann sooo was haben wir da hinten jetzt auch noch runter hat das denn hier kein ende mit der fackel komme ich nicht weit mit der fackel äh monster verprügeln schlechte idee oh was haben wir hier noch ich muss aus der höhle raus kürbit da millionkerne alter hier ist ein spinn-spawner guckt euch das an mal spinn-spawner guckt euch nicht drumherum bauen warte mal schau mal ob ich mich drumherum bauen kann wua scheiße gibt spinne doch nicht so zugebaut der kleinen wichser so einfach kommt er nicht am mischrand so dann verabschiede ich mich einfach für diese folge und wir sehen uns dann zur nächsten folge let's play minecraft wieder mit der spinn-spawner bis dahin eine schöne zeit einen schönen mittwoch mittwoch abend und was auch immer ihr drüber schaut und bis freitag zur nächsten folge let's play minecraft euer darsteffen schau mit v und wie immer. selbe stelle, selbe welle tschü Tschüss.